Damit erschaffen wir eine Armee. Wenn das Lilaus Menschen in Tiere verwandeln kann, dann könnte es vielleicht uns in Menschen verwandeln. Wir sind Schildkröten, ob es dir nun gefällt oder nicht. Ihr habt die Wahl. Ninja Turtles. Wow, ihr frest uns nicht. Ich bin Veganer, aber ich esse Fleisch und Käse und Eier. Im Kino.